Herzlich Willkommen zum Newsletter 105 der Möbelmacher in Unterbrumbach bei Hasbrock. Wir lagen heute ein zum ersten Chitterslow-Tag in Hasbrock. Chitterslow bedeutet lebenswert, bewusst und nachhaltig leben. Alles so, das läuft. Aber zunächst wollen wir Ihnen die Sendung Unkraut im Bayerischen Rundfunk heute Abend um 19 Uhr empfehlen. Da geht es um die Chitterslow Hasbrock, da geht es um Öko ist besser und ein bisschen auch um unsere Küchen. Außerdem freuen wir uns, dass unsere Auszubildende Sophia Bernutz mit 1,0 abgeschlossen hat. Und wir wollen Ihnen wie jedes Jahr anbieten, dass die Essplätze, die Sie im Moment kaufen und uns auf der Konsumenta ausleihen, dass Sie die ein wenig günstiger haben könnten. Wir bedanken uns ganz herzlich bei den vielen Kunden, bei denen wir fotografieren dürften und dürfen. Und gleichzeitig haben wir auch für unseren Maschinenhersteller Werbung gemacht. Die Fotos, die Videos und auch die Rezepte der Bio Erleben 2014 sind schon online. Das heißt, Sie können im Newsletter überall den Link finden. Es geht um eine 1.500 Jahre alte Tür und die Frage, wie lange unsere Möbel denn halten mögen. Außerdem haben wir einen wunderbaren Sessel von Jori, für den es eine neue Mechanik gibt und der deswegen unsere Ausstellung sehr günstig verlassen kann. Und wir laden Sie ein auf das Hasbrocker Ketan-Festival. Das geht noch bis zum nächsten Samstag. Wir sind auch die ganzen Ferien über für Sie da. Schauen Sie rein, besuchen Sie uns oder schreiben Sie uns eine Mail. Vielen Dank.